Aquadrain EK ist die kapillarbrechende Flächendrainage von Gutjahr für Balkone und Terrassen. Die Drainmatte sorgt für eine sichere und dauerhaft schadensfreie Verlegung von Naturstein oder Keramik auf Drainmörtel. Das System besteht aus einem Gittergewebe mit geprüfter Langzeittauglichkeit der MPA und einem Drainholraum von über 90%. Dadurch wird Sickerwasser auf der Abdichtungsebene rückstaufrei abgeführt, rund 150 Mal schneller als Drainmörtel allein. Stauwasserbedingte Frostschäden sowie Ausblühungen und Feuchteflecken werden vermieden. Die Abtrocknung der Beläge wird beschleunigt. Zudem reduzieren Systemaufbauten mit Aquadrain EK den Trittschall um bis zu 30 Dezibel. Gemeinsam mit den Ardex-Produkten entsteht ein absolut sicheres Drainagesystem. Bei frei auskragenden Balkonen kann die erforderliche Aufbauhöhe mit dem Profilbaukastensystem von Gutjahr einfach realisiert werden. Mit entsprechenden Aufsteckblenden wird das Gesamtsystem auf die benötigte Höhe angepasst. Anschließend folgt die Abdichtung mit dem D-Protek Abdichtungssystem. Der Verarbeiter grundiert Wandanschlussbereiche mit dem D-Protek Spezialprimer. Dann legt er die zugeschnittene Schnelldichtbahn lose auf dem Untergrund aus. Mit dem selbstklebenden Butyldichtband D-Protek ABK erfolgt der schnelle und einfache Anschluss an die Randprofile. Auch die Stöße zwischen den Bahnen und den Übergang zu den aufgehenden Bauteilen dichtet der Verarbeiter ab. Dann klebt er das oberseitig fließkaschierte Dichtband D-Protek ABV auf. Es dient später zum Aufkleben des Fliesensockels. Hinweise zur Montage des Gutjahr-Sockelprofils gibt ein separater Verarbeitungsfilm. Alternativ zum D-Protek Abdichtungssystem kann die Abdichtung des Untergrunds auch mit der flexiblen Dichtschlämme S7 Plus von ADEX erfolgen. Zu Beginn werden Randanschlussbereiche mit dem ADEX Tricom Dichtset in Kombination mit ADEX S7 Plus abgedichtet. Hierzu wird zunächst die Dichtschlämme aufgetragen, dann wird das Tricom Dichtset sorgfältig eingebettet und verspachtelt. Zuletzt trägt der Verarbeiter die Dichtschlämme in zwei Arbeitsgängen zu je mindestens einem Millimeter auf dem restlichen Untergrund auf. Als Trennlage zwischen Abdichtung und Drainmatte wird nun beispielsweise eine PE-Folie ausgelegt. Dann rollt der Verarbeiter die Aquadrain EK mit dem Gittergewebe nach oben auf dem Untergrund aus. Durch das selbstklebende, überlappende Gittergewebe werden Stoßbereiche zwischen den Matten abgedeckt. So kann kein Mörtel in die Drainkanäle gelangen. Stoßbereiche ohne Überlappung werden mit der selbstklebenden Aquadrain SK Stoßabdeckung verbunden. Zu allen angrenzenden und aufgehenden Bauteilen ist Aquadrain EK mit einer 1 cm breiten Bewegungsfuge spannungsfrei zu verlegen. Hierfür wird der Aquadrain Randdämmstreifen auf der Drainmatte aufgeklebt. Als nächstes trägt der Verarbeiter Drainmörtel auf der Flächendrainage auf. Hierfür ist ADEX A14 Bindemittel für Drainagemörtel einzusetzen. Dieses zeichnet sich speziell durch seine Hydrophobierung aus, die vor Rückdurchfeuchtung von Natursteinen schützt. Verfärbungen oder Ausblühungen aus dem Drainmörtel können so vermieden werden. Der Verarbeiter zieht den Drainmörtel gleichmäßig ab. Dann wird auf der Plattenrückseite ADEX X32 vollflächig als Kontaktschicht aufgetragen. Durch den ADU Rapid Plus Effekt ist ADEX X32 der ideale Verlegemörtel für Natursteine. Er kann für Mörteldicken von 3 bis 30 mm eingesetzt werden. Die schnelle Erhärtung gewährleistet ein zügiges und wirtschaftliches Arbeiten. Somit ist der Belag bereits nach ca. 3 Stunden begehbar und kann verfugt werden. Nun bettet der Verarbeiter die Platten vorsichtig in die Drainmörtelschicht ein. Ab einer Belagsbreite von 3 m ist eine Bewegungsfuge von ca. 10 mm vorzusehen. Die Bewegungsfuge wird bis zur Oberkante der Drainmatte ausgeführt. Dazu wird der Randdämmstreifen auf der Drainmatte aufgeklebt und der Drainmörtel angearbeitet. Nach der Trocknung wird die Fläche verfugt. Hierfür empfiehlt sich die Belastungsfuge ADEX GK. Sie zeichnet sich durch ihre hervorragende Verarbeitung sowie eine hohe mechanische Belastbarkeit aus und ist besonders beständig gegen Hochdruckreiniger. Abschließend werden die Bewegungsfugen mit dem Natursteinsilikon ADEX ST verfüllt. Ebenso die Fugen zwischen Belag und Sockel. Fertig! ADEX und Gutjahr – einfach perfekt im System. Ebenso die